Hallo und herzlich willkommen zum täglichen Horoskop. Los geht's! Karriere Der Umgang mit Autoritätspersonen fällt Ihnen jetzt schwer. Sie werden feststellen, dass Sie nicht besonders empfänglich für Ihre kreative Herangehensweise oder fantasievollen Ideen sind. Lassen Sie sich davon nicht entmutigen oder glauben, dass Ihre Ideen ungültig sind. Bleiben Sie stark! Gesundheit Sie waren noch nie jemand, der sich blindlings der Gruppe anpasst, aber es ist Ihnen durchaus wichtig, was die Leute von Ihnen denken. Es ist an der Zeit, Ihnen und sich selbst zu helfen und Ihnen die Informationen zu geben, die Sie brauchen, um sich wirklich zu kennen. Vielleicht sollten Sie zuerst einen Auffrischungskurs machen, wenn es um Sie geht. Wissen Sie wirklich, was Sie wollen und was Sie nicht wollen? Disziplinierte Übungen wie Schwimmen und Laufen geben Ihnen die Zeit, über diese Fragen nachzudenken und gleichzeitig Ihre Kraft und Ihr Selbstwertgefühl zu stärken. Liebe Wenn Sie in Zukunft nichts verpassen wollen, abonnieren Sie diesen Kanal. Bis zum nächsten Video.